Den gesteigerten Energiebedarf bei körperlicher Arbeit deckt der Körper hauptsächlich durch Hydrolyse des Adenosintrifosphat, ATP in Adenosindiphosphat, ADP und Phosphat. Die Endprodukte enthalten weniger freie Energie als die Ausgangssubstanz, die freigewordene Energie wird bei der körperlichen Arbeit zur Verfügung gestellt. Über eine Resynthese wird ADP wieder zu ATP. Adinosintrifosphat ist der einzige direkt anzapfbare Energiespeicher, der in praktisch allen lebenden Zellen, insbesondere in der Muskelzelle, vorhanden ist. Die Spaltung des ATP beliefert die energiebenötigten Reaktionen bei der Muskelkontraktion. Im Sarkomer befinden sich die Eiweiße Aktin und Myosin. Das Myosin ist dabei gekennzeichnet durch einen Myosinhals und einen Myosinkopf. Mit nun ATP gespalten, richtet sich der Myosinkopf auf, dockt an das Aktinfilament an und durch das sofortige Umklappen des Myosinkopps werden die Filamente ineinander gezogen, der Muskel kontrahiert. Problematisch daran ist, dass der ATP-Vorrat im Muskel relativ gering ist. Er reicht schätzungsweise nur für etwa 3-4 maximale Muskelkontraktionen, was einer Arbeitsdauer von 1-2 Sekunden entspricht. Dementsprechend muss der Körper ATP relativ schnell wieder reproduzieren. Der Wiederaufbau des ATP aus ADP ist auf mehreren Ebenen möglich. Über Kreatinphosphat, über die Anaeroboxidation und über die Aerooboxidation. Gemeinsam haben alle Verfahren, dass in der Resynthese ein Phosphatteilchen abgespaltet wird, das an das ADP angehängt werden kann. Es entsteht wieder ATP. Kreatinphosphat befindet sich ähnlich wie ATP bereits im Muskel, wodurch die Auffüllung der ATP-Speicher ohne großen Zeitverlust realisiert werden kann. Allerdings besteht auch beim Kreatinphosphat das Problem des relativ geringen Energiespeichers. Zwar kann diese Resynthese die hohe Muskelarbeit aufrechterhalten, dies jedoch nur für einen sehr kurzen Zeitraum. Einen größeren Energiespeicher sowie eine effizientere Energiebereitstellung stellt die Aerooboxidation dar. Ebenso wie bei der Anaeroboxidation wird auf die Glykogenspeicher im Körper zurückgegriffen. Der Unterschied beider Oxidationen liegt hauptsächlich im Bedarf an Sauerstoff. Sauerstoff wird bei der Aerooboxidation benötigt, um über einen langen Zeitraum die Resynthese des ATP zu ermöglichen. Sollte die Sauerstoffbereitstellung nicht ausreichen, kann auf die Anaeroboxidation umgeschaltet werden, dies allerdings auf Kosten der Entstehung von Laktat. Dies führt bei zu hoher Konzentration zu einer rasch einsetzenden peripheren Ermüdung. Hinsichtlich der Resynthese von ATP ergibt sich also folgende Staffelung. Die Resynthese über Kreatinphosphat stellt eine sehr hohe Energierate über einen sehr kurzen Zeitraum. Die Aerooboxidation stellt eine mittlere Energierate über einen sehr langen Zeitraum. Zwischen beiden Möglichkeiten ordnet sich die Anaeroboxidation ein, die zwar auch eine hohe Energierate stellt, aufgrund der limitierenden Wirkung des Laktats jedoch nicht lange aufrechterhalten werden kann. Aus diesem Grund schafft ein trainierter Sportler bessere Ausdauerleistungen als ein untrainierter Sportler. Er kann mehr Sauerstoff bereitstellen. Es kann also eine erhöhte Menge an ATP resynthetisiert werden.